Hey, ich bin Robin und heute zeige ich euch, wie ihr ganz viel YouTube-Money machen könnt. Ganz viel YouTube-Money. Beim letzten Mal habe ich euch erklärt, welche Formate ihr auf YouTube machen könnt, aber da war noch nicht für jeden was dabei. Deswegen hier noch mehr Themen, mit denen ihr auf YouTube erfolgreich werden könnt. Kochshows. Wie geht's, Bros? Heute kochen wir wieder was Episches, und zwar Spaghetti mit harter Polonaise. Saus. Was ist Saus? Spaghetti mit Bolognise, Saus. Nächstes Mal essen wir Schinkenwürfel. Schinkenwürfel. Food Haul. Hallo liebe Leute, es ist wieder euer Robin Sparkles. Diese Woche habe ich was ganz Besonderes für euch. Einen Food Haul. Wer Food Haul's nicht kennt, das ist das, wo Leute einkaufen gehen und dann hinterher zeigen, was sie so Leckeres gekauft haben. Als allererstes habe ich mir gekauft eine Birne. Ich mag Birnen einfach. Die haben so eine schöne Textur. Und die war jetzt auch noch im Sonderangebot. Ich finde das einfach super lecker. Als nächstes habe ich gekauft ein kleines Fässchen Mayonnaise. Das ist super handlich. Das kann man immer überall mitnehmen. Und wenn man Heißhunger hat, einfach ein bisschen rauszöffeln. Dann habe ich noch gekauft eine Packung Spitzen Langkornreis. Der kurze Stumpfkorn ist mir persönlich ja immer ein bisschen zu hart im Mund. Dann habe ich mir noch was zu trinken gekauft. Ich hatte ein bisschen Durst im Supermarkt, deswegen habe ich da durchaus schon direkt getrunken. Als Special habe ich dann noch gekauft diese kleine Flasche Maggi. Ich esse zwar kein Maggi, aber ich fand die Flasche so süß. Das war es für diese Woche mit dem Food Haul mit Robin Sparkles. Fakt-Videos. Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Superinteressante Facts. Diese Woche wusstet ihr schon, dass Rehe höher springen können als durchschnittliche Einfamilienhäuser. Das liegt daran, dass Rehe extrem starke Hinterbeine haben und dass durchschnittliche Einfamilienhäuser nicht springen können. Interviews. Hey Leute, willkommen zu meiner Interviewshow, wo ich harte Rapper interviewe. Hier heute mit mir MC Robbubble, der erst letzte Woche rausgekommen mit seinem Hitsong. Ich rappe voll hart, bitch. Und deswegen wollte ich ihn jetzt einfach mal fragen, was bedeutet eigentlich dieses Lied für dich? Ja, also mein Album ist voll die harte Ansage an die deutsche Szene. Ich wollte einfach sagen, ich rappe so hart, bitch. Das hat eine sehr philosophische Aussage. Damit will ich die Begründung finden für den Sinn des Lebens in der Rap. Jetzt haben wir noch eine sensationelle Viewerfrage vom User Ich ficke dich in dein Gesicht, Hashtag. Er fragt, Hashtag Robbubble, warum bist du Hashtag so scheiße? Alter, ich fick dich so kaputt. Ich hau dich in deine Birne. Product Placement. Oh, jetzt habe ich plötzlich ganz viel Durst. Ich trinke dieses leckere Wasser von einer nicht näher genannten Firma. Kommentar-Beantworte-Videos. Hey, willkommen bei der Show, bei der ich auf eure Kommentare eingehe. Als allererstes Sility Music hat geschrieben, lol. Nick Master 27 hat geschrieben, cool. Patti Smiley hat geschrieben, ganz schön am Schwitzen. Vielen Dank für dein Feedback, Patti. Damit höre ich jetzt auf. Ich schwitze nie wieder. So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein geiles Format gefunden. Und der nächste wichtige Schritt ist es jetzt, ein Thumbnail auszusuchen. Und da gibt es eigentlich nur eine Option. Brüste. Ganz viele Brüste. Die Thumbnails wurden eigentlich dafür erfunden, dass man da Brüste drauf macht. Das hat mit dem Video nichts zu tun, aber Brüste. Und dann braucht ihr natürlich noch einen Titel. Da ist es immer ganz wichtig, einfach irgendwas zu schreiben, was nichts mit dem Thema zu tun hat. Am besten Wörter wie Justin Bieber oder sexy oder so reinschreiben. Und, Kinder, die Feststelltasse nicht vergessen. Und dann stellt noch eine Frage zum Beispiel, welches dieser Formate würdet ihr gerne noch mehr sehen? Und dann natürlich die Endcard. Hallo, liebe Kinder. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Nikolaus. Da drüben könnt ihr abonnieren. Da unten gibt es zwei Videos. Und jetzt singen wir euch ein Lied. Hallo, ich bin der Nikolaus. Okay, auf geht's. Jinglepats, Jinglepats, Jingle... Oh, shit. Okay, wir fliegen weg.